Was für eine prächtige Kuh! Die 750 Kilo schwere Cerise aus dem Südwesten Frankreichs ist das Maskottchen der diesjährigen Landwirtschaftsschau in Paris. Für die Messe muss sie lernen, am Strick zu gehen. Cerise ist ein Basades-Rind, eine alte Rasse, die wegen ihres Fleisches gehalten wird. Bauer Joel Silak züchtet die Rinder seit 20 Jahren. Die Tiere gelten als genügsam und setzen schnell Fleisch an. Ich bin so etwas wie ein selbsternannter Sprecher der Basades-Rasse. Ich will auf die Tiere aufmerksam machen und auch für andere Züchter sprechen. Ich bin glücklich, dass eine meiner Kühe ausgewählt wurde. Heute bekommt Cerise einige Streicheleinheiten. Dann sieht man die Schattierungen und die Farben besser. Bei der Landwirtschaftsmesse wird Cerise am Eingang stehen und die Besucher begrüßen. Und vielleicht gewinnt die schönste Kuh von Bauer Silak sogar noch einen Preis. Und vielleicht gab es die Verkontakte. dicke flächende Kuh von Bauer Silak Zagriss Bewerb 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 Vielen Dank.